Wut gelaunt? Alles ready! Ähm... Ähm... Litan? Heute mit ähm... Ganz besonderen Themen? Ähm... Mit ganz besonderen Themen? Hatte mit... Dicht gemaschenen Haaren? Ja. Und rasiert. Aktuell schweiß! Alles! Aktuell schweiß for the win! Le Carlo fragt mich... Ähm... In Anspielung auf die Fragestunde und meine Herkunft... Green Mountain gleich Grünberg in Hessen im Vogelsberg? Nö! Nein! Knapp vorbei! Ja, ganz knapp! Ich weiß ja wo du herkommst! Berlin! Ähm... Wir... Gehen mit der Zeit! Wir haben natürlich die fortschrittlichste Internetseite der Welt! Ganz klar! Chip! 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 Got��! Chip! 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 Okay! Anw It shouldn't! Chip! Hout! Chip! Chip! in einem wort da gibt es jetzt zum beispiel sachen breaking news pt action die ab sofort auch bei twitter mit url also famous ist hammer also richtig gute sache chris is sitting at the desk and i don't have a name kannst du gut englisch war ja uli es sieht man die kommentare von budi eigentlich auch ne die sieht man nicht immer nur wenn man bei uns auf der sache die antwort dann gute kärle was haben wir denn hier beim des tages soll ich sagen das ist das ist von so schaut aus der ist gar nicht so lange dabei war oder doch der hat mich jetzt erst geändert gestern freundet ich jetzt geht es aber schon seit monaten noch und war auf der alten seite auch kenne ich nicht so schaut aus erkennt ich nicht ich kenne ihn aber auch nicht mit dem mit der top mit dem top block suizid mit stil total 29 jahre in einem bau so wie christ hoffentlich bald was hatten wir denn für eine gruppe des tages hast du mir das geschickt muss man natürlich keine ich brauchte nicht suchen stimmt musste mal unseren internen messenger freunde sammeln ist geil freunde sammeln ist geil einfach weil wir alle freunde sein von freunde sein nicht verfolgen dass mich noch einmal und ich brichte jeden einzelnen finger das ist von dem nie von need for field das ist die gruppe das haben wir heute gekauft neue warschauer das ist ein interview drin mit fahr in urlaub fahr in urlaub interview und eine gute cd ist da drin und slipknot alles dabei